Beim nächsten Film, wenn die Leute nicht gebannt sind und nicht begeistert sind, können sie nicht nach vorne gehen und sagen, aber beim letzten Film war es gut. Für einen vergangenen Erfolg gibt ihnen das Publikum nichts. Komödie ist für mich Wahrheit und Schmerz. Und dass die Figuren sich entwickeln von der Melancholie zu einer lichteren Daseinsform, zu einer helleren Daseinsform, vom Schatten sich eher ins Licht bewegen, das ist das, was ich hoffe, was der Zuschauer mit Freuden verfolgt. Diese Entwicklung, denn zu einer dramatischen Geschichte gehört eine Entwicklung, wenn die Entwicklung nicht da ist, gibt es keine dramatische Geschichte. Und das ist im komödiantischen Sinne betrachtet der Weg, den wir als Zuschauer mitverfolgen, wie jemand von der eher melancholischeren Seite sich auf die eher freudigere Seite des Lebens bewegt. Das ist das, was ich hoffe oder denke, was eine gute Komödie ausmacht. Natürlich gibt es auch andere Komödien, wo es rein um den Slapstick geht. Wunderbare, wunderbare Filme, das ist überhaupt keine Frage. Aber es gibt eben verschiedene Komödiengenres auch. Das Komödiengenre, für das ich hauptsächlich tätig bin, ist eins, wo es um ein ernsteres Problem geht. Also wenn man schreibt, weiß man, dass eine Komödie sehr viel schwieriger herzustellen ist als eine Tragödie. Oder wenn wir noch weitergehen, ist ein kommerziell erfolgreicher Film schwieriger herzustellen, als ein kommerziell erfolgloser Film herzustellen ist. Wenn ihr Kunst machen wollt, das ist sehr einfach, weil Kunst ist sehr oftmals eine Form von Behauptung. Die muss sich auch beim Zuschauer nicht wirklich durchsetzen. Die muss sich auch beim Zuschauer nur teilweise realisieren. Ein kommerzieller Film, den kann man an seinem Anspruch messen, nämlich daran, wie viele Leute sind reingegangen. So brutal das klingt, aber so ist es. Als Schreiber fühle ich mich dem Kunden, sage ich jetzt mal das provokante Wort, der Zuschauer ist der Kunde, das ist derjenige, der dafür bezahlt, verpflichtet. Ich möchte, dass er sich einerseits amüsiert und andererseits aber auch etwas mitbekommt in dem, was ich schreibe, was unter dem Gelächter noch zu spüren ist, nämlich eine Person oder Personen, die ich oder wenn ich mit jemandem zusammenschreibe, wir gemeinsam beschreiben. Ich glaube, dass sie viel wissen müssen oder wissen sollten über menschliches Verhalten. Es ist ja das Gleiche, wie wenn sie auf der Straße sind und erleben irgendeine Situation, die witzig ist. Dann müssen sie wissen, warum haben jetzt die Leute darüber gelacht? Was ist das, was sie zum Lachen gebracht hat? Warum lacht man, wenn jemand auf der Banane ausrutscht? Normalerweise sagt man da, das ist Schadenfreude. Das mag so sein. Das Prinzip ist, derjenige, der auf der Bananenschale ausrutscht, für den ist es überhaupt nicht lustig. Es ist für denjenigen lustig, der da zuschaut. Nehmen wir an, derjenige, der zuschaut, weiß nicht, dass es schmerzhaft ist, wenn man auf den Hintern fällt. Und derjenige, der da zuschaut, weiß nicht, dass eine Bananenschale rutschig ist. Dann wird das nicht funktionieren. Es sind immer die gleichen Elemente. Das Wissen um die Situation, also die Nachvollziehbarkeit der Situation, damit etwas witzig werden kann, lustig werden kann, komödiantisch werden kann. Und das Zweite ist, es muss eine Überraschung beinhalten. Das hat viel zu tun, glaube ich, mit einer inneren Einstellung, mit einer Freude daran, auch das zu erzählen. Man muss wirklich eine Freude daran haben, das zu erzählen. Man muss selber darüber lachen können und dann hoffen, dass die anderen das auch tun. Aber ich glaube, dass es sehr viel zu tun hat mit einer gewissen Menschenkenntnis. Für einen Autor ist es extrem wichtig, dass er das Leben miterlebt, dass er dabei ist, dass er Teil dieses Lebens ist. Nicht nur beobachtend, nicht so nur der Türsteuer-Syndrom, der nicht teilnimmt, nur wenn er auf der Tür steht und beobachtet, was passiert da, sondern dass er wirklich teilnimmt am Leben. Wir in unserer Branche sind ja oftmals so in der Versuchung, dass wir uns nur in unserem Kreis bewegen. Dann schreiben wir letztendlich nur noch Sachen, die uns bewegen und die uns betreffen. Dann schreiben wir Film im Film, Second-Hand-Geschichten. Wir keuen das dann wieder, was wir in anderen Filmen gesehen haben. Das halte ich für sehr problematisch. Wir brauchen das normale, ganz normale, stinknormale Leben, auch um das stinknormale Leben beschreiben zu können. Das Drehbuch ist kein fertiges Produkt, sondern es ist das Zentrale und alles Entscheidende, aber es ist ein Zwischenstadium. Das heißt, Sie müssen den Text so verfassen, dass jede Abteilung, der Regisseur, alle Schauspieler mit diesem Text wirklich sinnvoll umgehen können. Sie müssen als Drehbuchautor sich sehr hineinversetzen in die Figuren, die Sie schreiben, weil zu Recht wird der Schauspieler, der die Szene zu spielen hat, wenn irgendetwas nicht stimmt, fragen, warum gehe ich jetzt in der Szene aus der Tür hinaus, warum sage ich diesen Satz, warum ziehe ich jetzt den Revolver, warum falle ich hin. Wenn das nur die Behauptung ist, wenn es nur dort steht, weil Sie es als Autor so wollten, damit die Szene weitergeht, damit die nächste Szene passieren kann, dann wird der Regisseur am Drehort die größten Probleme haben, weil er dem Schauspieler nämlich nicht erklären kann, dass er jetzt aus der Tür rausgehen muss, sondern er wird dann sagen, naja, es steht halt leider da drin, du musst es leider machen. Es ist die schlechteste Begründung, die man sich vorstellen kann. Das heißt, Sie müssen sehr, sehr genau sich in die Figuren hineindenken und in die Figuren, die der Schauspieler dann zu spielen hat, sodass es ihm aus seiner Figur heraus geschieht, dass er zur Tür rausgeht oder dass er die Waffe zieht. Im Film müssen Sie alle Gedanken, die geschehen, in irgendeiner Handlung sichtbar werden lassen. Oder der Schauspieler blickt in die Kamera und sagt, ich fühle mich gerade sehr, sehr schlecht. Man sieht es oftmals in Drehbüchern, dass da drin steht, Hans fühlt sich gerade sehr schlecht. Na, wie sieht man das? Er sitzt da und sagen Sie dem Schauspieler, jetzt spiel mal, fühl dich schlecht. Das wird nicht funktionieren. Also alle Emotionen muss sich in Aktion zeigen und der Charakter muss sich im Verhalten zeigen. Die Basis ist, die Figuren, die man beschreibt, sehr, sehr ernst zu nehmen, wirklich auszuloten, kennenzulernen. Wobei es mich persönlich überhaupt nicht interessiert, woher die Großmutter von Herrn Taschenbiel stammt oder was die Lieblingsfarbe seiner Großneffe war. Das sind alles Spielereien, die für mich völlig fünftrangig sind. Damit beschäftige ich mich überhaupt nicht. Es wird oftmals so in Schreibseminaren, du musst die Figur kennenlernen. Was war der Großvater? Das interessiert mich überhaupt nicht. Sondern mich interessiert, wie verhält sich eine Figur in konkreten Situationen, wie ich sie später auf der Leinwand sehe. Wie verhält sich, um bei Stonk zu bleiben, der Knobel, wenn ihm der Götzke auch gesagt hat, diese Tagebücher sind ganz, ganz toll. Und er denkt eigentlich, ich habe einen solchen Quatsch geschrieben. Wie verhält er sich da? Was sagt er dann? Und wenn Sie etwas sehen würden, was Sie überhaupt nicht kennen würden und was Sie nicht erkennen würden, dann lässt es Sie kalt. Das ist der Grund, warum bestimmte Experimentalfilme, die eigentlich mit nichts mehr etwas zu tun haben, keinen wirklichen Erfolg haben können. Denn sie berühren einen nicht. Sie sind Vexierbilder, die interessant sind zu betrachten, aber sie gehen nicht raus mit irgendwelchen emotionalen Erkenntnissen. Das ist sehr schwierig. Was macht ein gutes Treibhaus? Ich denke, es muss unterhaltend sein, in welcher Form auch immer. Es muss spannend sein. Es muss Werte vermitteln, die Werte sind, die verständlich sind, die allgemeingültig sind. Also das heißt, es muss eine gewisse Universalität haben für den Bereich, für den man den Film macht. Also es sollte verstanden werden von den Leuten, die man versucht, ins Kino zu holen. Es muss fesselnd sein. Und ich glaube, es sollte getragen sein von einer relativ hohen Menschenkenntnis. Es muss getragen sein, denke ich, auch von einer großen Liebe zu dem, was man da tut. Ich glaube, dass Zynismus immer durchschlägt und dass der Zuschauer Zynismus immer begreift und fühlt. Und ich glaube, wenn man in diesem Metier ist, sollte man das Metier des Geschichtenerzählens, denn darum geht es, ob man es für die Leinwand machen oder ein Buch schreiben oder Geschichtenerzähler sind, auf dem Marktplatz in Marrakesch. Wir sollten das, was wir tun, wirklich lieben. Weil ich glaube, dass man das spüren wird. Und ich glaube, das ist auch wichtig für ein gutes Treibhaus. Man muss das, was man da tut, lieben. Und die Figuren, mit denen man umgeht, selbst wenn es böse Figuren sind, muss man Teile von ihnen, bestimmte Teile von ihnen so lieben, dass es nachvollziehbar bleibt, dass es nicht nur die reine Behauptung ist.